Hi, ich bin der Günther, ich komme aus dem Bude. Willkommen zur vermutlich vorletzten Folge an Datel. Ja, im letzten Part waren Muffet und Metatron im Weg. Ich habe das ganze Hotland durchquert und ausgerottet. Und jetzt bin ich hier, wo uns die Pazifisten an die Geschichte des Untergrunds erzählt wurde. Hier gibt es anscheinend nichts zu erzählen. Hier gab es doch noch einen ganzen Dialog. Genau wie die Undertale. Ah ja, hier oben. Genau wie die Undertale. Los, eine andere Geschichte. Nicht die von Ezreal und Günther. Ich habe die besten Items, die es gibt. Und wo bleibt der erste denn? Blau. Howdy Günther. We finally made it home. Ja. Günther hat es wieder nach Hause geschafft mit seinem 92 Leben. Remember when we used to play here? Boy, today's gonna be just as fun. Ihr müsst dazu besser mal den Pazifisten an woher geschaut haben, ne? Dann versteht ihr was er meint. Hier ist der erste Schlüssel, die bereits wird sie. Ja, hier müsst ihr auch noch... Ja stimmt, hier liegt noch Rüstung unten. I remember when I first woke up here in the garden. I was so scared. My cons on my left. My entire body had turned into a flower. Mom, Dad, somebody help me. But nobody came. Das ist der Satz, der, glaube ich, wirklich bei Flowey allgemein, bei Jino Saiyan, sehr gern genutzt wird. Nobody came. Fuck. Ähm, da muss ich jetzt nochmal vors Haus gehen und die Box benutzen. Ich hoffe, ich habe ihn noch für den Platz. Ja. Ich lege kurz hier zwei Legendary Heroes ab, die hole ich mir wieder. Ja, okay, vor dem End was halten müsste es logischerweise auch noch eine Kiste geben, also. Ja. Der Herzanhänger. Gelockert. Da, wo es hingehört. Das Messer. Das echte Messer. Info. 99 angegriffen, meine Leute. Es ist Zeit. Ich habe auch einen Cowboy. Ich habe auch eine leere Pistole. Jetzt habe ich einen Anhänger, der mich beschützt. Und ein richtiges Messer. Ach. Ich habe mich nicht gefühlt. Ich habe auch einen riesen Hörer. Ich habe mich nur auf den Weg gemacht. Die Witze, Günther, langsam bildet sich ja auch mal Verständnis, was hier genau passiert, weil Frisk ist hier gar nicht das Arschloch. Da es nicht genau erläutert wird und eigentlich ist mir schon klar, ja, hier ist die Situation, dass Günther die Seele von Frisk gestohlen hat und jetzt ist er der Outsider. Sider, I do realize I didn't feel ANYTHING about anyone. My compassion I deserteid and believe me, it's not like I wasn't trying. Where's the du weeps? That stupid king vainly hoping I wouldn't feel something, but it became too much for me. I ran away from home, eventually I reached the unions, and I found her good. Full of all people, she could make me feel whole. She failed, man. Okay. Ja. Blauytel. I released those two were useless and came despondent. I just wanted to laugh and just wanted to care about someone. Günther, you might not believe this, but in fact it wasn't worth living anymore. Not in a world without love, not in a world without you. So, I decided to follow the new truth that I would erase myself from existence and, you know what, I succeeded. But as I left mortal, I started to feel apprehensive. Ich wieder, I never saw, what happened to anyone. Something rather start to burn inside me. No, I thought, I don't want to die. Then I woke up, like it was all just a bad thing. I was back at the garden. I got my safe point. Interested, I decided to experiment. Again and again. I brought myself to the edge of death. At that point, I could have let this world continue on without me. As long as I was determined from me, I could go back. Amazing isn't it, Günther? I was amazed. Yeah. Er hat erzählt, dass er... Er wollte eigentlich nicht mehr leben, aber... Irgendwie hatte er dann als er sich umbringen wollte. So ein Gefühl, ein merkwürdiges... Und... Letztendlich... Er herausgefunden hat, dass er seinen eigenen Safe Point setzen und planen kann und so. Er hat dann begonnen zu experimentieren und... Scheiße draußen ist es grad dunkel und in der Fensterscheibe direkt in Ordnung. Und dann spügelbildet durch das Mist vom Laptop, dass das... Einziges, was ganz anders ein bisschen... Ah, Creepy... Ja, ist... Ich muss grad noch ne Binnen der Tegrimasse machen, sorry. Ich muss grad noch ne Binnen der Tegrimasse machen, sorry. Erstens, I used my powers for good and became friends with everyone. So, all their problems flawlessly. Their combinationship wasn't losing for a while. And people proved themselves predictable. What would this person say if I gave them this? What would they do if I said this to them? Once you know the answer, that's it. That's all they are. Ja, sie sind nicht mehr wert, wenn man alles weiß. It all started because I was curious. Curious what would happen if I killed them. And just like this I told myself. I'm just doing this because I have to know what happened. Hehehe. What an excuse! You of all the people must know how liberating it is to act this way. It is so rather than those sickles that stand around and watch it. Those potatoes that want to see it. Why not do we to do it? They don't see me. And it's someone like that. Watching right now, I'm dead. Oh, that isn't this. Someone who's weak is to act itself and then to put time back to the time. And now... ... 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 Now that's even that score in the title. You understand me? I've done everything this world has to offer. With every book I've done every book. ... 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 Ja, das ist wahr. Ja, das ist wahr. Ja, meine Anschlopfen ist sogar noch klar. I just have one question for you, Winter. How do you get back to the rules from here? Wait, I know. She must have taken you and decided to give you a proper burial. We are in the basement for a moment. Hey then. What? Lady, wake up. Did you hear me calling you? Ja, wie bin ich hier aufgewacht? Sorry, I had mich vermutlich bei diesen Blumen begraben als Winter. Aber jetzt ist Winter zurück. It doesn't matter. I'm so tired of this Gunzer. I've tried all of these people. I'm tired of all these places. I'm tired of the flower Gunzer. There's just nothing left I want to do. Let's finish what we started. Let's free everyone. Dang it. Let's let them see what humanity is really like. That's why this world is still killed or... ...be killed, sorry. ...to black out loud. Then? Well, I had... ...be entertaining a few ways to use it for. Hey, everybody, we change my mind. The traffic, you're around. Just living in the surface world. That's not so bad. Well, it's just enough to live on the floor if I'm here. Sorry. I don't need to leave to get me dead. I mean, this time... ...the king has six of them locked away. I tried to come out of ways to get them to show me them. But he just won't... ...güntel. I know he'll do it for you. Esko wird mir sicher zu sehen, ...to fire my tank. You all are all inside. Well, I said it before. Even after all this time. You're still the only one that understands me. You won't give me any waffless pity. I can't see the only one that understands me. I can't see the only one that understands me. CREATIVE! So we're gonna have to tell each other if we got in each other's way. So that's... So that's... Why... He said that we will be Mr. Hot Twitch and we're going to fight against each other's way. And now he asks me why. Why? Was ist das? Was ist das? Schäke? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Back off? Ich habe mich nicht mehr gemacht. Ich habe mich nicht mehr gemacht. Das ist nicht eine gute Idee. Du sollst zurück in diese Pläne sein. Und die ist nicht mehr so, dass ich das nicht mehr so mache. I've got a thick sense of humor. Blau. Oh. Damit endet dieser kürzere Part. Warte. Hä, kann man nicht noch einen blauen Dialog encounter? Wenn ja, dann macht es das im nächsten Part. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.